Hallo Aktienfreunde, heute habe ich wieder ein paar Dividenden-News zu bekannten Aktien für euch. Und zwar möchten folgende 8 Aktien die Dividende erhöhen. Fangen wir an mit Archer Daniels Midland. Diese Aktie plant eine Erhöhung der Dividende um ca. 11,1%. Zahltag ist hier am 29. Februar 2024. Dann kommen wir zu T. Rowe Price. Diese Aktie möchte die Dividende um ca. 1,6% anheben. Zahltag ist hier am 28. März. Dann Church & Dry. Diese Aktie plant die Anhebung der Dividende um ca. 4,1%. Zahltag ist hier am 1. März vorgesehen. Dann 3M. Diese Aktie will die Dividende um ca. 0,7% anheben. Hier ist der Zahltag am 12. März. Dann kommen wir zu Cisco Systems. Diese Aktie will die Dividende um ca. 2,6% erhöhen. Hier ist der Zahltag am 24. April. Dann kommen wir zu Coca-Cola. Diese Aktie will die Dividende um ca. 5,4% anheben. Hier ist der nächste Zahltag am 1. April. Dann kommen wir noch zu Home Depot. Diese Aktie plant die Erhöhung der Dividende um ca. 7,7%. Hier ist der nächste Zahltag am 21. März. Dann habe ich noch NextEra Energy für euch. Diese Aktie will die Dividende um ca. 10,2% erhöhen. Der nächste Zahltag ist hier am 15. März vorgesehen. Dann habe ich noch eine Dividendensenkung für euch. Und zwar plant Bayer die nächste Jahresdividende um ca. 95% zu senken. Beziehungsweise von 2,4 Euro auf 0,11 Euro je Aktie. Und gezahlt wird die nächste Dividende hier Ende April voraussichtlich. So, das war es dann auch wieder mal für euch. Und zwar zum Schluss kommt noch der Hinweis. Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal.